Hallo Leute, willkommen zu einem Highlight-Video von Nurflex. Diesmal werden wir das Video ohne unseren geliebten Unterstützer beginnen. Manchmal macht der MPC echt sinnlose Sachen. Geh doch weg, geh doch weg, dieser Bot! Ah, geh doch weg vor mir, Mann! Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Ja! Alter, was hat er alles, Mann? Geil! Oh yeah, baby, baby! Aha, aha! Aha! Jo, ist die brutal! Jo, ist die heftig, Mann! Ah, shit, ich wollte eigentlich auf die Wurzel drauf. Nein, Mann! Jetzt guck dir sie an, Mann! Sie shattert einfach mit diesem Ding da durch. Tja, 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 tja! Tja, 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 tja! Okay, okay, okay. Grüße, Kalle, wie geht's dir? Alles klar! Hier sitzen, bitte. Und seit dem Tag, seit ich das Setup hier gebaut habe, ist genau das Motto, was ich mache. Hier geht es nur mit guter Laune hin. Also flex den Like-Button, Leute, wenn euch der Stream gefällt und mich riesig freut. Huuu, Baby, Baby. Er hat gedacht, er hat gedacht, er hat falsch gedacht. Der Bruder, er hat falsch gedacht, der Bruder. Er hat es gedacht, dass er es machen kann, aber er kann es nicht machen. Boah, wo kommt denn er jetzt her? Boah, er steht auf einmal direkt vor mir, was geht? Huuu, mach doch nicht solche Sachen. Boah, er hat diese neue Waffe gehabt. Nein, Mann. Ja, das ist schon. Ja, das ist auch einfach. Auch geh D selfish. Wir werden nicht das dabei sehen. Wow Oh nein, ich bin weg Ich bin weg Er war hinter mir, war auch einer Ich hab den gut gehittet, Mann Ah, er verfolgt ihn, er verfolgt ihn Komm, den erwischt er